Liebe VfLer, ich wünsche euch einen schönen vierten Advent. Weihnachten fördert die Gemeinschaft und den Zusammenhalt. In der Weihnachtszeit spüren wir oft das Bedürfnis, füreinander da zu sein und uns gegenseitig zu unterstützen. Das durfte ich auch im Rahmen des Projekts Fußball trifft Kultur erfahren, wo ich gerne Pate bin und verschiedene Kinder verschiedenes Alters kennenlernen durfte. Hier erhalten Schülerinnen und Schüler ein Angebot an Fußballtraining, kulturellen Veranstaltungen und Unterrichtsstunden. Das können Events, Ausflüge, Workshops oder auch Lesungen sein. Ziel der Kooperation mit den Schulen ist es, Bildung und Integration der Schüler zu stärken, insbesondere für benachteiligte Kinder. Diese integrative Kraft des Fußballs wollen wir weiter nutzen, denn Fußball ist für alle da. Lieber alles geben als alles nehmen. Deshalb wünsche ich euch frohe Weihnachtszeit, euer Jimmy.